Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs Netzkultur und Memes für EinsteigerInnen. Ihr BEMS Christian Stankowitsch, ich bin staatlich geprüfter Entschuldigungsbeauftragter, Architekt schlechter Wortwitze und Premium-Prokrastinator und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie ihr euren Rofelkopter-Internetführerschein machen könnt. Werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Wir werden uns gleich eingehend erstmal damit beschäftigen, warum Internetkultur und Memes ein wichtiges Thema sind, werden dann anschließend uns einige Grundlagen erarbeiten und dann zeige ich euch ein paar übliche Meme-Formate und zum Abschluss werde ich euch noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr Memes gewinnbringend in euren Präsentationen einbauen könnt. Kommen wir aber erstmal zur Motivation, warum das Ganze überhaupt. Nun, da ist es prinzipiell so, Aufmerksamkeit ist eine wertvolle Ressource geworden. Wissen ist heutzutage allgegenwärtig, aber häufig besteht jedoch Zeitmangel. Das heißt, früher war es vielleicht nicht so einfach, an die ganzen Informationen zu kommen. Heute, dank Internet und Co., ist es überhaupt gar kein Thema mehr, sondern es ist eher ein Zeitmangel, der hier das Problem darstellt. Und auch wenn wir wirklich spannende Themen vorfinden, dann leiden die häufig unter stumpfen Methodiken, wie beispielsweise einem monotonen Duktus, bei dem man gerne mal einschläft. Da dürfte man sich auch an die Schulzeit an der Stelle erinnern. Aber auch so Themen wie wenige Medien, die zum Einsatz kommen und kaum Abwechslung, führen häufig dazu, dass man eben einfach abschaltet. Also heutzutage ist es doch etwas schwieriger geworden, die Leute bei der Stange zu halten. Und da ist es natürlich durchaus auch sinnvoll, auf Netzkultur und Memes zu setzen. Denn kurzum können wir zusammenfassen, das Leben ist einfach zu kurz, um USB-Geräte sicher zu entfernen, Fußnotizen zu lesen oder langweiligen Präsentationen zu folgen. Generell ist es so, dass die Aufmerksamkeit immer weiter sinkt. Das ist vor allen Dingen dadurch bedingt, dass wir durch die Digitalisierung zu vielen Reizen ausgesetzt sind. Also man wird bombardiert mit E-Mails, in sozialen Netzen wird jede Interaktion mit einer Push-Notification quittiert. Und jeder arbeitet mit mehreren Bildschirmen beispielsweise auch. Und es fällt wirklich schwer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil einfach zu viele Reize auf uns einprasseln. Und auch hier erkennt man ja eine technische Entwicklung. Wenn wir mal zurückblicken, 22 Jahre in der Vergangenheit, im Jahr 2000, war es statistisch betrachtet so, dass eine Familie sich einen PC teilte und heute hat eben jeder mindestens drei internetfähige Geräte. Das heißt, es ist nicht nur der Rechner. Viele Leute haben noch ein Notebook, haben noch ein Tablet, ein Smartphone, eine Smartwatch. Und man kann überall Internet konsumieren. Und darunter leitet natürlich auch wieder die Aufmerksamkeit. Und es gab auch eine Studie, die von Microsoft in Auftrag gegeben wurde. Und da wurde eben herausgefunden, dass sogar Goldfische aufmerksamer sind als Menschen. Also die Aufmerksamkeitsspanne, die war 2000 schon relativ gering, nämlich bei ca. 12 Sekunden und ist 2013 auf 8 Sekunden weiter nach unten reduziert worden. Und ich würde behaupten, jetzt nochmal knapp zehn Jahre später dürfte sich dieser Trend fortgeführt haben. Und ich glaube, das kennen wir auch aus der eigenen Erfahrung. Wenn wir uns einen Vortrag anschauen, wir teasen jetzt zum Beispiel, dann muss in den ersten paar Sekunden etwas Spannendes passieren. Ansonsten schalten wir ab und sind nicht mehr aufnahmefähig, machen nebenher was anderes oder hören einfach auf, das Ganze zu konsumieren. Das bringt mich auch zur Illusion des Multitaskings. Ich hatte es gerade schon kurz angeteasert. Wir arbeiten beispielsweise mit mehreren Bildschirmen. Und prinzipiell ist es so, dass unser Gehirn schon in der Lage ist, mehrere periphere Prozesse gleichzeitig auszuführen. Also wir könnten beispielsweise telefonieren und parallel Autoreifenkekse essen. Das würde funktionieren. Allerdings, wenn wir Aufgaben haben, die in verschiedenen Hirnarealen parallel stattfinden müssen, dann wird es problematisch. Das kriegt unser Gehirn dann nicht mehr hin. Also wir könnten zum Beispiel nicht auf einem Bildschirm programmieren und auf dem anderen Bildschirm parallel eine E-Mail lesen. Das würde nicht funktionieren. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Und es gibt sehr viele Leute, die eben behaupten, sie könnten auf mehreren Bildschirmen parallel arbeiten. Also ich habe auch sehr lange drei oder vier Bildschirme an meinem Tisch gehabt. Aber im Endeffekt ist man nicht wirklich messbar produktiver als mit einem Bildschirm. Also gesetzt dem Falle, dass man an verschiedenen, unterschiedlichen Aufgaben arbeitet. Beispielsweise auf dem einen Bildschirm etwas konzipieren und dann parallel noch eine E-Mail lesen. Spätestens wenn auf dem zweiten Bildschirm das E-Mail-Programm hochpoppt, wenn eine E-Mail reinkommt, ist man mit seiner Hauptaufgabe erstmal raus und braucht wieder einige Sekunden, bis man sich da hineingefunden hat. Also so ehrlich sollte man zu sich selbst sein. Multitasking funktioniert gerne mit Hardware, aber nicht mit dem Gehirn. Werfen wir mal einen Blick auf einige Grundlagen. Und die erste Frage, die sich da natürlich stellt, ist, was sind Memes überhaupt? Also zunächst mal entstammt das dem Allgriechischen und steht für nachgeahmt. Und gemeint ist damit prinzipiell ein kreativer Medieninhalt, der sich vor allen Dingen über das Internet verbreitet. Das heißt, häufig geht es einfach darum, dass man den Alltag thematisiert, das Zeitgeschehen oder eben Kultur gut aufgreift. Und das darf halt gerne auch aufheiternd, aber kann auch sehr kritisch sein. Also Memes müssen nicht immer per Definition uns zum Lachen bringen. Sie können uns natürlich auch zum Nachdenken animieren. Und das bekannteste Format, das seht ihr hier rechts im Bild, das ist ein sogenanntes Image-Macro und besteht eben einmal aus dem Text oben und aus dem Text unten. Da wird auch eine sehr ikonische Schriftart namens Impact verwendet. Und im Hintergrund ist eben dann ein Bild zu sehen. Das kann dann entweder etwas Selbsterstelltes sein, das kann eine Montage sein, können aber auch Fotos oder Zeichnungen sein. Und man versucht in dieser Meme-Formate vor allen Dingen auch, ja, neben der Message noch einen gewissen Wortwitz, aber auch gerne eine Art von Zynismus mit einzubringen. Seit wann gibt es das Ganze? Also, das bringt uns zum nächsten Thema, die Geschichte des Internethumors. Der Ausdruck Meme geht eigentlich zurück auf das Jahr 1976, nämlich eben im Buch Das egoistische Gehen von Richard Dawkins. Da geht es darum, dass sich hier eben das Meme als darwinistische Evolution innerhalb der Kultur versteht. Also man betrachtet das Meme als Gedankenteil, der entweder unverändert oder verändert weitergegeben wird. Und das ist natürlich auch der Grundgedanke des Memes, dass man ein Bekanntes aufgreift, es persifliert oder ein Zynismus oder eine andere Message, eine Kritik damit reinbringt und es somit weitergibt. Also ist im Prinzip der Grundgedanke, geht auf dieses Buch zurück, könnte man jetzt sagen. Und Mitte der 90er war es eben so, dass es erste Videos im Usenet und auch Tauschbörsen gab. Und ich bin mir sicher, wenn ihr ein Kind der 90er seid oder noch älter, dann kennt ihr bestimmt die Zeiten, wo man versuchte, über Tauschbörsen wie Napster oder Casar sich Musikvideos runterzuladen oder andere Inhalte. Und dann war es in Wirklichkeit irgendein Bild oder irgendein vermeintlich lustiges Video und man hat jetzt drei Stunden gewartet, um diese 5-Megabyte-Datei runterzuladen. Da könnte man schon sagen, da hat sich so ein bisschen die Internetkultur und die Meme-Kultur angefangen zu entwickeln. Ein weiterer wichtiger Schritt war im Jahr 2003, als eben 4chan gegründet wurde als eines der ersten Imageboards überhaupt. Das heißt, das ist eine Webseite, wo ihr eben verschiedene Meme-Formate und Bilder finden könnt. Und 2005, seit der Gründung von YouTube, ging es eben auch darum, dass man Videomemes an die Öffentlichkeit bringt oder die eben zuschickt. Und ein ganz bekanntes ist eben das Rigroading, das der ein oder die andere von euch bestimmt kennt. Da geht es einfach nur darum, dass man jemandem einen Link zuschickt, der auch angeblich etwas anderes beinhalten soll. Also man täuscht einen falschen Inhalt vor und man landet dann eben auf einem Video von Rick Astley Never Gonna Give You Up und hört dann so schön 80er Jahre Musik, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Also der Gag besteht darin, eben einfach Leuten einen Link zuzusenden, der einem zu diesem Musikvideo führt. 2007 und 2008 rum gab es dann auch die ersten Meme-Generatoren, also Webseiten, wo ihr ein bestimmtes Meme-Format, dazu kommen wir später noch, auswählen könnt, da eben den Inhalt hinterlegen könnt und dann wird eben das Bild für euch generiert. Das heißt, man muss sich jetzt nicht Gimp oder Photoshop benutzen und die Schriftart runterladen, um sich ein Meme zu bauen. Das geht ganz einfach komfortabel im Internet, geht auch auf Smartphones und Tablets mittlerweile. Und es gab eben auch schon erste Meme-Enzyklopädien, damit ihr euch zu dem Thema Memes noch weiter belesen könnt. Denn hinter jedem Meme, so blöd das vielleicht auch auf den ersten Blick erscheinen mag, gibt es meistens eine Geschichte, die durchaus interessant ist. Also Memes haben teilweise wirklich eine sehr weit zurückreichende Geschichte und das ist natürlich wieder Insider-Wissen, mit dem man schön flexen kann und es ist auch unterhaltsam. 2013 erlebte das GIF- oder GIF-Format, das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen, wie man es korrekt ausspricht, das dürft ihr gerne für euch selbst bewerten. Das Format hat im Jahr 2013 eine Renaissance erlebt, also eine der Techniken aus den 90ern, die man aus guten Gründen eigentlich nicht mehr eingesetzt hat, wurde zweckentfremdet, um Memes in Social-Media-Kanälen bereitzustellen. Und eine ganz bekannte Seite ist da eben Giphy, Giphy, whatever, wo man eben wie bei einer Suchmaschine eurer Wahl einfach Suchbegriffe eintippt und dann passende animierte GIFs zu dem Thema enthält. Das sind oftmals Ausschnitte aus Serien oder halt eben bekannte Meme-Formate, die ihr dann eben auf Twitter, Facebook, Microsoft Teams oder in irgendeiner x-beliebigen Anwendung gewinnbringend einsetzen könnt, um eure Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und einer der letzten Trends 2015 waren die sogenannten Dank-Memes. Das sind schon sehr spezifische Insider-Witze, die wirklich auf einen sehr reduzierten Personenkreis zugeschnitten sind oder es sind wirklich einfach dümmliche, degenerierte Gags, für die man eine gewisse Art von Humor auch haben muss, um die nachvollziehen zu können. Interessanterweise hat das ganze Thema Netz- und Meme-Kultur natürlich nicht nur im Internet Auswirkungen gehabt, sondern es hat auch marketingtechnisch durchaus Vorteile. Da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, aber ein Beispiel, das ich hier jetzt schon mal anbringen möchte, ist, es gibt zum Beispiel ein Spiel, das heißt What do you meme? Und das gibt es auch auf Deutsch. Das ist so ein sehr lustiges Kartenspiel, wo halt eben verschiedene Bildformate, die man so kennt, wenn man sich mit Memes ein bisschen beschäftigt findet, und eben auch Karten mit Sprüchen. Und es geht dann einfach darum, immer die passendste Karte oder die vermeintlich lustigste Karte zu dem Bild zu finden und sich dann halt eben in der Gruppe daran zu erfreuen. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und zum Thema Marketing oder Passive-Lage möchte ich ein Beispiel schon mal anbringen, weil wenn wir über Memes reden und über Fernsehen reden, dann fällt mir eigentlich immer sofort das ZDF-Magazin Royale von Jan Böhmermann ein, der natürlich ein sehr gutes Händchen hat, dem leicht angestaubten öffentlich-rechtlichen Fernsehen, den neuen frischen Wind zugutekommen zu lassen. Also da werden sehr häufig eben einfach Dinge aus dem alltäglichen Leben persifliert und zum Meme gemacht, indem halt eben die Protagonisten und Protagonistinnen parodiert werden und daraus zum Beispiel Videoclips oder animierte GIFs generiert werden, die dann eben wieder über Social Media verteilt werden. Und eins der Beispiele, das mir besonders gut gefallen hat, ist ja folgendes Video von Ulf Poscher, der Chefredakteur von Welt, der es für eine gute Idee befand, Welt-Plus-AbonnentInnen, die halt eben das Abo beenden wollten, eine Videonachricht abzuspielen. Hören wir mal kurz rein und schauen wir mal, was Jan Böhmermann draus gemacht hat. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir freuen uns über jeden Abonnenten und wir wollen gerne wissen, warum Sie an dem Punkt sind, warum Sie sagen, ich würde gerne mein Abo kündigen. Wenn es so etwas gibt, was schon alles... Gut, reicht bis hierhin schon. Wir vergleichen mal allein schon das Setup. Ja, wir sehen jetzt hier Jan Böhmermann in Perücke, in passendem Pullover und Hemd. Also das ist schon mal sehr gut getroffen. Marketingtechnisch wurde natürlich Welt durch ZDF-Magazin ausgetauscht und es ist wirklich sehr, sehr offensichtlich, dass es hier eins zu eins abgekupfert wurde. Und er nutzt das halt eben zum einen als Persiflage. Also auch über Ulf Poschert wird ja auch in der letzten Zeit sehr häufig kritisch diskutiert. Das möchte ich jetzt gar nicht so groß thematisieren. Das ist zum Beispiel eine Komponente, aber er nutzt das natürlich auch als dreiste Eigenwerbung für die eigene Sendung. Hören wir mal rein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir freuen uns über jede Zuschauerin. Und wir wollen gerne wissen, warum Sie an dem Punkt sind, warum Sie sagen, ich würde gern an diesem Freitag lieber nicht das ZDF-Magazin... Also sehr gut getroffen, wie ich finde und hat natürlich auch marketingtechnische Hintergründe. Aber kommen wir vielleicht erst mal zu üblichen Quellen für Memes oder animierte GIFs. Da gibt es zum einen natürlich die Imageboards wie eben 9Gag, 4chan oder Program. Dann gibt es aber auch eben Social News oder Foren. Vor allen Dingen Reddit ist da sehr interessant. Da gibt es verschiedene Subreddits, wo sich eben die verschiedenen Meme-Formate tummeln. Zum Beispiel gibt es Memes. Es gibt Memes IRL. Das steht für In Real Life oder Me in Real Life. Und dann gibt es für die InformatikerInnen gibt es ProgrammerHumor, wo halt eben doch sehr spezifische Gags und Memes mit IT-Bezug zu finden sind. Aber es gibt natürlich auch regionale Fassungen davon. So gibt es beispielsweise den Subreddit Ich IEL, also Ich im echten Leben. Da geht es meistens darum, wirklich englische Memes eins zu eins auf Teufel komm raus ins Deutsche zu übersetzen. Das ist sehr degeneriert, aber auch sehr unterhaltsam. Dann gibt es beispielsweise aber auch für die einzelnen Dialekte passende Subreddits. Zum Beispiel Hessisch IEL. Das gleiche eben mit dem hessischen Dialekt. Es gibt für deutsche Memes gibt es einen Subreddit und auch wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt öffentlich-rechtliche Memes. Das ist jetzt natürlich nichts Offizielles, das jetzt von ARD und ZDF kommt. Ist vor allen Dingen in Form eines Twitter-Channels zu finden. Und da wird natürlich auch immer das Zeitgeschehen aufgegriffen. Hier ganz aktuell beispielsweise nach dem letzten Shitstorm von Julian Reichelt gegenüber der Sendung mit der Maus. Das bietet sich natürlich an, da verschiedene Meme-Formate zu platzieren. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, wenn man das öffentlich-rechtliche Fernsehen verfolgt und auch generell das Zeitgeschehen ein bisschen kommentiert sehen will. Sehr unterhaltsam. Ansonsten, gerade schon erwähnt, gibt es mit Giphy eben auch eine Suchmaschine. Das heißt, wenn man diese Seite aufruft, dann kann man hier entsprechend nach einem passenden Meme suchen. Suchen wir mal beispielsweise nach Böhmermann. Die dürfte man hier auch finden. Und dann finden wir hier zum Beispiel auch immer Auszüge aus der aktuellen ZDF Magazin Royale Sendung und kann diese GIFs hier einfach sich rauskopieren und dann eben in den Messenger der eigenen Wahl platzieren. Ansonsten gibt es mit neuer Meme eben auch eine Encyclopedia über Memes. Das heißt, hier kann man sich nach den verschiedenen Meme-Formaten belesen. Findet hier aufgelistet, wie man es von Wikipedia kennt, die verschiedenen Meme-Formate. Auch hier aktuelles Zeitgeschehen und kann sich hier dann eben zu den einzelnen Memes belesen. Findet da häufig auch Beispiele oder Referenzen, wo das ursprünglich eigentlich herkommt. Zum Thema Memes sei auf jeden Fall gesagt, es gibt auch bei Memes Regeln. Also es gibt eine gewisse Etikette und es gibt auch definitiv No-Gos. Und das größte No-Go an der Stelle, das sollte man darauf hinweisen, ist das sogenannte Misuse of Formats. Wie schon angedeutet, hinter jedem Meme-Format steckt irgendwo eine Message und eine Geschichte. Wenn man die einfach austauscht und das Meme dann keinen Sinn mehr ergibt, dann ist das eigentlich das Schlimmste, was man einem Meme antun kann. Das heißt, ein Meme, das eine zynische Message hat oder eine zynische Geschichte in eine komplett konträre Geschichte zu verwandeln, das schadet dem Witz und das schadet dem Format. Prinzipiell ist es auch so, ein Screenshot oder Videos, Instagram oder TikTok-Posts sind keine Memes. Das heißt, wenn man irgendwo was Lustiges sieht und das screenshotet, dann ist das nicht inhärent ein Meme, sondern es ist halt einfach nur ein Screenshot und ein Screenshot ist keinesfalls ein Meme. Und ebenso problematisch ist es mit diesem, ich habe es jetzt mal Facebook- oder Boomer-Humor genannt, also das, was man in der Familien-WhatsApp-Gruppe von der 45-jährigen Tante zugeschickt bekommt, soll jetzt nicht die 45-jährige Tante diskreditieren, aber es ist nun mal so, dass je nach Altersgruppe gibt es verschiedene Ausprägungen von Humor. Ja, und als 45-jährige Person finde ich möglicherweise Dinge lustig, die Anfang 20er nicht lustig finden. Das heißt, auch das ist nicht unbedingt ein Meme. Es gibt aber lustigerweise auch zu diesem Thema einen Subreddit, der eben Ich bin 40 und lustig heißt und da findet man genau diese Dinge, die man in diesen üblicherweise WhatsApp-Beheimaten-Familiengruppen vorfindet und kann sich hier ein bisschen fremdschämen. Oder man steht halt einfach auf den Humor, dann hat man hier halt eben auch Spaß. Aber wir haben ja alle gelernt, also wir gucken ja alle Tagesschau und Tagesschau hat uns ja gelehrt, Boomer-Humor ist Cringe. Cringe. Also das geht es hier zurück auf die Wahl des Jugendwortes letztes Jahr und da muss man mal ganz ehrlich sagen, dass Susanne Daubner als wirklich gestandene und sehr seriöse Tagesschau-Sprecherin sich da zu hat hinreißen lassen, die verschiedenen Jugendwörter des Jahres vorzustellen. Hut ab. Ganz, ganz tolle Nummer und Marketing-Technik natürlich auch wieder interessant. Also Tagesschau hat das auf Twitter, YouTube und auch TikTok eben platziert, um so beispielsweise auch wieder jüngere Leute für die Tagesschau begeistern zu können. Weil die Kitty sehen dann halt beim Durchscrollen, ne, lol, die Tagesschau macht ja auch irgendwie Cringe-Content und dann gucken sie vielleicht mal rein oder so. Also auch hier nicht nur Belustigung steht im Vordergrund, sondern auch ein bisschen Marketing. Zu den Regeln kann man auch noch ergänzen, es gibt natürlich auch Probleme hinsichtlich des Jugendschutz und der politischen Korrektheit. Also die Internetkultur ist auf jeden Fall divers in allerlei Richtungen und das führt natürlich dazu, dass es auch immer sehr spezifische Gags gibt, die für Randgruppen und Minderheiten möglicherweise ungeeignet sind, weil sie oftmals sehr mit Zynik spielen oder bewusst Dinge auch überzeichnen oder manchmal auch mit nicht sehr freundlichen Klischees spielen und wenn man da ein bisschen sensibel ist in der Richtung oder sensibel ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt Leute, die finden diese Witze vielleicht als nicht angebracht und da muss einem eben klar sein, man findet im Netz wirklich alles in allerlei Ausprägungen. Einstiegige Webseiten machen so, dass sie die Inhalte in Kategorien klassifizieren. Es gibt zum Beispiel NSFW, Not Safe for Work, da findet dann eben wie der Name schon verlauten ist, Dinge, die man sich vielleicht nicht unbedingt auf dem Arbeitsplatzrechner anschauen sollte. Das kann sein wirklich makabere Humor, kann aber auch zu Nudismus oder pornografischen Inhalten gehen und Not Safe for Life, NSFL, ist dann meistens wirklich in Anführungsstrichen kranker Scheiß im Sinne von unzensierten Bildern aus Kriegsgegenden oder wirklich Dinge, die man sich nicht mal zu denken traut. Also, die beiden Kategorien sollte man im Business-Kontext dann zumindest vermeiden. Wichtig ist dann natürlich auch, wenn Memes in Präsentationen zum Einsatz kommen sollen, da sich bitte über die Audienz vorab informieren. Nicht, dass man da einen Witz bringt, der Personen dann, ja, offendet. Das wollen wir natürlich nicht. Kommen wir nochmal zu den regionalen Memes. Da hatte ich ja eingehend schon gesagt, dass es halt eben hier auch aufgrund der Dialekte verschiedene Quellen nochmal gibt. Zum Beispiel gibt es hier einmal Schwobber-Memes, das sind halt eben schwäbische Memes. Hessische IEL hatte ich gerade schon einmal ganz kurz angedeutet, finden wir auch hier rechts ein Beispielbild dazu. Und auch hier geht es meistens darum, dass man eben das Zeitgeschehen thematisiert oder regionale Insider. Also wirklich Gegebenheiten, die man eben als ortsansässige Person nachempfinden kann, die dann halt eben wieder zur Belustigung eingesetzt werden können. Und natürlich sind auch neue Synchronisationen von Filmen und Serien sehr beliebt. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist Dominic Kuhn, der auch als Dodo Kai bekannt ist, der eben damit bekannt geworden ist, dass er eben Filmer und Serien auf Schwäbisch neu synchronisiert hat und er ist jetzt auch seit einigen Jahren und das finde ich echt lustig, Dozent für virales Marketing. Also er hat daraus ein Businessmodell generiert und da werden wir auch gleich nochmal reinschauen, wie man halt eben Memes auch als Marketinginstrument verstehen kann. Anderes Beispiel ist Dietmar Diamant, das ist ein südhessischer YouTuber, der eben in der Pandemie angefangen hat, auch Filme und Serien auf Südhessisch im Odenwelt der Dialekt zu synchronisieren. Auch der erfreut sich großer Beliebtheit. Hören wir mal kurz rein. Hier ein Ausschnitt Virales Marketing im Todesstern Stuttgart. Das ist jetzt von Dominic Kuhn. Wir brauchen gar nicht groß drum herum zu sprechen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht gucken. Ich denke, Sie reagieren da ein bisschen über, lieber Kollege. Unser Branding ist nach wie vor hervorragend. Ich verstehe überhaupt gar nicht, dass Sie auf sowas reinfallen. Mit so einem Hennendreck, da triggern Sie doch keine einzige Purchase Decision. Also ich würde das Geld lieber sparen. An Ihrer Stelle würde ich meinen Vetter Arsch nicht auf meine Lorbeere breithucken. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keine Ahnung haben. Also das kann man auch nur ein Stück weit als Lehrvideo interpretieren, weil wir hören hier sehr viel Business, spezifischer Termini. Also es wurde von Leadership Marketing eben gerade gesprochen, von der Business Entscheidung und so weiter. Und Darth Vader hat ja auch gerade gesagt, virales Marketing ist ein sehr mächtiges Instrument, von dem Sie keine Ahnung haben. Ist auf jeden Fall eine wahre Aussage. Schauen wir uns mal das nächste Beispiel an, das jetzt hier von Dietmar Diamant. Ganz aktuell Willi Smith auf der Kerb. Da geht es halt eben um den letzten Skandal um Will Smith und hier geht es vor allen Dingen meistens darum, die regionale Trinkkultur in den Vordergrund zu stellen. Hören wir mal rein. Also hier zum einen natürlich marketingtechnisch sehr clever den Zeitpunkt gewählt. Es ist ja gerade ein paar Tage her und auch hier wieder passenden Text zur Hand gehabt. Sehr unterhaltsam als Ort an ansässige Personen. Fühlt man sich da auf jeden Fall integriert und kann da mit drüber lachen. Sehr gutes Video. Aber schauen wir uns vielleicht noch mal ein paar andere generische deutsche Memes an. Zum Beispiel hier pandemiebedingt recht beliebt gewesen. Wenn man sich nach einem Jahr mal eine neue Einwegmaske gönnt, ist jetzt wieder eine Referenz auf ein anderes Meme, das die Spiele noch kennenlernen werden, das Feel Good Meme. Und das wurde halt eben hier um eine Maske ergänzt. Oder auch hier ein bekanntes Format. Das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man als Vegetarier ja kein Rezept online findet. Also wäre jetzt auch wieder so ein Meme, dass man sich zweimal überlegen sollte, ob man das irgendwo posten sollte. Es ist einer, garantiert einer der Vegetarierwitze, den jeder Vegetarier, jede Vegetarierin schon gehört hat. Und die Politik ist natürlich auch immer gut, um da eben Referenzen herzustellen, um Memes zu generieren. Beispielsweise hier eine Variante des Drag-Posting-Memes mit Peter Altmaier. Zum Drag-Posting kommen wir später noch. Auch hier natürlich wieder aktuelle Themen aufgegriffen und persifliert. Und somit ist es zum einen unterhaltsam, aber hat auch eine Message, die eben vorführt, wie fragwürdig die Politik agiert. Ich glaube, so könnte man es korrekt zusammenfassen. Wo wir hier gerade ein Bild von Peter Altmaier sehen, ist das vielleicht auch ein guter Punkt, um mal über Rechtliches zu sprechen. Prinzipiell ist es ja so, dass Memes, die auf urheberrechtlich geschütztem Material basieren, zum Beispiel so eine Filmsynchronisation oder eine Filmszene, die man mittels Photoshop oder einer anderen Software eben anpasst, fällt per Definition erstmal unter das Urheberrecht. Das heißt, theoretisch müsste man sich die Zustimmung vorab einholen. Praktikabel ist das allerdings nicht. Das heißt, bisher ist es so, also Stand März 2020, konnte jetzt keiner noch in Infos finden, dass aus solchen Gründen bisher noch keine Privatpersonen angeklagt wurden. Außer, man hat jetzt ein Meme gemacht, das jetzt wirklich die Marke, den Künstler, die Künstlerin oder was man eben persifliert, in sehr herablassender Art und Weise präsentiert. Dann passiert das schon mal, aber wenn man das quasi als Belustigung versteht, dann hat das ja auch eine gewisse marketingtechnische Wirkung. Ein Witz kann ja auch dann Interesse machen, sich den Film anzugucken, wenn man vielleicht die Parodie gesehen hat, aber den Film noch nicht kennt. Das heißt, im Zweifelsfall könnte man versuchen, die Generation oder dieses Meme, das man eben gebaut hat, gemäß Paragraf 24 Absatz 1 Urheberrecht als Satire zu klassifizieren. Problematisch ist es, wenn man Memes mit Privatpersonen erstellt, denn da gilt immer noch das Recht am eigenen Bild. Das heißt, da kann es durchaus sein, wenn ich jetzt von meiner Arbeitskollegin ein Meme erstelle und das viral geht, dass ich dann halt eben einen Brief vom Anwalt bekomme. Damit muss ich dann wirklich rechnen. Ist aber schon so, die meisten Memes zeigen Personen des öffentlichen Lebens. Warum sollte man Memes im Internet verbreiten von Menschen, die niemand kennt außer mir oder einem sehr eingeschränkten Personenkreis. Das würde ja wenig Sinn ergeben oder man hat wirklich eine sehr kleine Userbase dann vielleicht. In USA gibt es das sogenannte Fair Use, das eben bei uns formell in Deutschland leider nicht gilt, aber was immer eine gute Option ist, gerade wenn man jetzt wirklich über öffentliche Produktionen spricht oder ihr macht ein YouTube-Video mit eurem Arbeitgeber und wollt einen Meme mit reinbringen, dann könnt ihr natürlich auch das ursprüngliche Meme mit einbauen, aber meistens sind da die Legal-Abteilungen ein bisschen vorsichtig. Das heißt, solche Stellen des Memes kann man natürlich auch einfach nachbauen. Also so als legale Alternative hier zum Beispiel sehen wir hier einmal das Roll-Safe-Meme, ganz ikonisch, die Geste mit dem Tippen an die Schläfen und der Golduhr, das kann man natürlich auch einfach nachstellen und kann so das Meme, so dass es jeder versteht, zeigen, ohne es kopieren zu müssen. Und damit ist man eigentlich auf Nummer sicher, weil das ist zwar offensichtlich, aber es ist nicht eins zu eins abgekupfert, somit muss ich erstmal keine rechtlichen Schritte befürchten. Über das Thema Marketing hatten wir auch gerade schon mal kurz gesprochen und da ist auch der Ausdruck virales Marketing gefallen und der zielt jetzt vor allen Dingen auf soziale Netze, also Twitter, Facebook, whatever ab, aber virales Marketing gibt es schon bedeutend länger. Wenn wir mal zurückdenken, hier wieder, Kind der 90er Perspektive, Mohun ist ja auch ein kostenloses Spiel damals in den 90ern gewesen und da gab es zum einen die Kaufversion, die eben werbefrei war, aber es gab auch die kostenlose Version, die man sich dann über sein 56k Modem in zwei Stunden runterladen konnte und da war halt eben Johnny Walker Werbung mit drin. Und das war auch schon ein erster Ansatz von virale Marketing, weil man halt eben einfach kostenlos etwas den Anwender zur Hand geben konnte, mit dem sie Spaß haben, aber es hat auch immer so latent ein bisschen Werbung zwischen den Zeilen mitgehabt. Also das kann man schon als Vorform das virales Marketing bezeichnen. Ansonsten ein anderes Beispiel, die Parodien von Personen des öffentlichen Lebens durch Sixt. Also Sixt ist da ja auch sehr erfolgreich mit gewesen mit seinen verschiedenen Kampagnen, da werden wir uns auch gleich noch mal eine anschauen und natürlich wie gerade schon angedeutet, die Filmneusynchronisierung beispielsweise von Dominik Kuhn haben natürlich auch einen gewissen Marketing-Effekt. Und wenn man jetzt hier noch Memes mit reinbringt, dann hat man eben wieder neue Möglichkeiten. Man kann eben auch auf das Zeitgeschehen wieder reagieren, man kann auch offensichtlich das Product Placement mit reinbringen. Also wenn wir uns nochmal an das Bürmermann-Video von eben erinnern, da war es ja auch so, dass es wirklich offensichtlich eins zu eins abgekupfert war. Gut, also in dem Video ging es jetzt nicht um den Pulli, den er getragen hat, aber wenn wir mal über ein Produkt nachdenken, das man platzieren will, dann kann man hier wirklich offensichtlich eins zu eins ganz überspitzt was einbauen und es wird trotzdem als belustigend empfunden, weil es eben ein Meme-Format ist. Und wenn man da eben auch mit gewieften Wortwitz auffällt, dann kann das natürlich auch zur Steigerung der Akzeptanz einer Marke führen. Beispielsweise die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, die nutzen das auch schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich und jetzt die DB Cargo auch neuerdings, die haben nämlich die gleiche Marketingchefin jetzt oder die Marketingchefin hat gewechselt, so rum. Und ja, der ÖPNV hat ja meistens eher so ein nicht akzeptiertes Image, kann man sagen, weil eben bedingt durch Ausfälle und fehlende Kommunikation die Leute eher auf den ÖPNV schimpfen. Wenn man sich aber selbst nicht so ernst nimmt, sich selbst auf die Schippe nimmt und mit Meme-Marketing arbeitet, dann kann das wirklich dazu beitragen, dass so eine Marke einfach viel akzeptierter ist, weil dann vor allen Dingen die jüngeren Leute dann eben merken, ach cool, die sind ja so wie ich, die gucken ja auch Memes, die verstehen die ganzen Referenzen und das sorgt eben einfach dafür für ein besseres Image. Und wir haben ja auch gerade schon von Herrn Wader gehört, virales Marketing ist ein absolut machtvolles Instrument, von dem sie keine Ahnung haben. Also werfen wir mal einen Blick auf ein Beispiel von Sixt. ist jetzt schon ein bisschen älter, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere von euch noch dran, der Pferde-Lasagien-Skandal, der vor allen Dingen in den günstigen Preissektoren sehr stark vertreten war. Hier kann man natürlich zum einen die vermeintlich günstigsten Preise bewerben und hat aber auch gleich noch einen Lacher in der Hinterhand, indem man eben die Referenz zum Skandal mitnimmt. Also für die eine Partei ist es der Spott und der Schaden und für die andere Partei kann das Marketing technisch schon wieder interessant sein. Anderes Beispiel, Tinder hat hier auch mal vor einiger Zeit Meme-Marketing betrieben und hat auf Social Media Werbung für die eigene Tinder-App eben gemacht und hat hier ein Meme-Format, das wir Spiele noch kennenlernen werden, benutzt. Und hier haben wir noch ein Beispiel von der BVG. Auch hier pandemiebedingt sehr gut abgepasst. Wir sehen hier auch wieder, hier ist eine Maske mit dem Spiel, was natürlich pandemiebedingt relativ wichtig war. Wir sehen auch hier, das Logo hat sich entsprechend geändert. Wir haben jetzt hier eine Maske über dem Logo und auch das hier ist wieder eine Referenz auf das Feel-Gut-Meme, das wir eben gerade auch schon mal kurz gesehen haben. Und zum einen ist es ein Meme, was hier die Leute wachrüttelt. Wir haben hier trotzdem die Message, hey, trage die Maske in den Öffis, ist es wichtig. Jeder kann das tun, auch du. Und natürlich auch hier regional wieder die Großstaatreferenz, der Moment, wenn der Typ, der alle terrorisiert hat, endlich die Bahn verlässt. Wenn man mal im Berufsverkehr in der Großstadt unterwegs gewesen ist und weiß, wenn morgens irgendwelche Leute mit Musikinstrumenten reinkommen und Musik machen und man einfach nur Ruhe zur Arbeit haben will, dann ist man sehr erfreut, wenn die Person endlich die Bahn verlässt. Und hier sehen wir auch nochmal das Feel-Gut-Meme, das hier offensichtlich eingebaut wurde. Und ein anderes Beispiel, das ich hier noch einbringen möchte, ist eben von der Sparkasse aus Österreich. Die haben hier einen Werbeclip aufgenommen und haben da einfach mal versucht, so viele Memes wie möglich einzubauen. Viele von den Referenzen versteht ihr vielleicht noch nicht, wenn ihr die Meme-Formate noch nicht kennt, aber ich denke, der eine oder die andere wird die Memes schon verstehen und es sind wirklich außerordentlich viele und es ist ein wirklich sehr gelungenes Video, wie ich finde. Schauen wir mal rein. Und lustigen Typen. Das wäre echt smart. Stimmt's, Harold? Nein. Naja, Banken verstehen das einfach nicht. Müssen sie zum Glück nicht. Dafür verstehen wir aber was von Geld. Tut nicht auf modern, ist es einfach. Spark 7. Also hier auch ganz bewusst wieder mit gnadenloser Übertreibung so dieses bewusst krankhaft lustig sein wollen mit Memes, die mehr oder weniger gut oder schlecht nachmachen. Also die waren wirklich gut getroffen, aber man könnte jetzt sagen, wenn ältere Leute versuchen, lustig zu sein, Jugendsprache zu adaptieren, dann ist das cringe, könnte man jetzt sagen. Und das ist es sicherlich auch, aber es hat marketingtechnisch einen absoluten Vorteil, weil man halt trotzdem unterbewusst drüber nachdenkt, naja, die haben ja trotzdem irgendwie zehn Memes drin gehabt und die haben alle aus dem Kontext irgendwie gepasst. Und es ist auch völlig egal, ob ich jetzt eine Karte bei denen haben will oder nicht, aber ich verknüpfe es zumindest automatisch damit. Spark 7, das waren doch die, die diese Memes damals gemacht haben und somit hat Werbung ihren Zweck erfüllt, denn Werbung muss nicht gut sein, Werbung muss nicht schlecht sein, Werbung soll im Kopf bleiben. Und das muss man sagen, haben sie hier wirklich sehr gut umgesetzt. Werden wir nochmal einen Blick auf die Politik. Wir hatten ja eingeht es schon mal gesagt, die Politik ist immer wunderbar passiviert zu werden und da ist es auch so, dass man üblicherweise überspitzt kritisiert, was im Zeitgeschehen gerade stattfindet, vor allen Dingen durch Fotomontagen, wie wir hier eben rechts sehen. Das ist jetzt hier eine Szene aus Fluch der Karibik, wo wir statt Jack Sparrow eben hier unseren sehr, sehr geschätzten Politiker Armin Laschet sehen und man kann das natürlich auch wieder in andere Memes integrieren. Und meistens schränkt sich das wirklich rein auf das Internet und selten verlagert sich die Polemik dann aber auch mal ins echte Leben, beispielsweise bei Demonstrationen, wo dann eben Schilder hochgehalten werden, wo dann diese Meme-Referenzen wieder hergestellt werden. Interessant in dem Kontext ist auch der sogenannte Streisand-Effekt und der bezeichnet eben ein soziologisches Phänomen, bei dem die versuchte Unterdrückung einer Information durch ungeschicktes Vorgehen das Gegenteil bewirkt. Ja, also man versucht quasi krampfhaft eine nichtige Information zu unterdrücken und das führt dann dazu, dass das öffentliche Interesse unerwartet steigt und diese Verbreitung nur noch weiter beschleunigt. Und der Name geht eben auf die US-Schauspielerin Barbara Streisand zurück, die eben versucht hat, die Webseite Pictopia zu verklagen. Die haben nämlich mal die Küste Kaliforniens fotografiert. Genauer gesagt haben sie 12.000 Luftaufnahmen eben angefertigt und auf einem dieser Bilder war eben auch ihr Haus zu sehen, was aber niemand wusste zu dem Zeitpunkt. Und sie hat halt wirklich versucht, die sehr aggressiv zu verklagen. Das Ganze ist dann natürlich auch in den Medien gelandet und dann hat sich auf einmal jemand die Frage gestellt, Moment, warum klagt die da so nach? Und dann hat man eben festgestellt, ach so, die wohnt da ja und das ist ihr Haus. Hat eigentlich keinen interessiert, aber weil sie so krampfhaft versucht hat, diese Information zu verhindern, hat sich das Lawidenartig im Internet verbreitet. Und ich finde, der US-Bürgerrechter John Gilmour, nein, hat nichts mit den Gilmour Girls zu tun, hat das sehr passend zusammengefasst. Der sagte nämlich, das Internet fasst Zensur als Beschädigung auf und umgeht diese. Und genau das ist hier eben passiert. In dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch über den Innensenator Hamburgs Antikrote sprechen. Und das sogenannte Pimmelgate. Also Antikrote, SPD-Politiker, der hat sich im Mai 2021 sehr lautstark auf Twitter über feiernde Massen im Schanzenviertel beschwert. Ihr seht das hier unten, den Tweet, das ist ein Screenshot von damals. Und er hat die Leute, die da eben feiern, als ignorant bezeichnet, für eine dämliche Aktion. Und danke, dass die Polizei Hamburg da halt eben für gesorgt hat, dass die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft, also wirklich sehr, sehr unhöflich. Und es ist natürlich das passiert, was passieren musste. Ein Twitter-User kommentierte das Ganze mit, Andi, du bist so eins Pimmel. Dann würde man sagen, okay, er wurde halt im Internet von irgendeinem Troll oder von irgendeiner Person beleidigt. So what? Das Problem war nur, sechs Tage, oder einige Tage später durchsuchten sechs PolizeibeamtInnen die Wohnung des vermeintlichen Straftäters, weil eben das Gerät gesucht wurde, mit dem der Tweet verfasst wurde. Was die nicht wussten war, die waren in der falschen Wohnung. Die waren in der Wohnung der Ex-Freundin des Users. Und noch viel panischer eigentlich, Grote geriet 2020 selbst in Kritik, weil er nämlich trotz Kontaktbeschränkungen eine private Party zur Wiederberufung seiner Position als Innensenator feierte. Also man ist sich selbst dann doch irgendwie am nächsten war so, die Message könnte man jetzt behaupten und CDU und Linke forderten damals auch seinen sofortigen Rücktritt. Und ja, der ursprüngliche Tweet, der hat sich natürlich sehr rasch verbreitet, auch in Form von zahlreichen Stickern in St. Pauli. Also es ist quasi so, dass halt eben er dann Anzeige eingereicht hat und er hat Strafantrag eben gestellt und dann wurde halt eben überall mit Stickern wurde die Gegend dekoriert, um da quasi solidarisch mit dem mit dem damaligen User zu sein, dass es nicht rechtens war, was hier passiert ist. Dann kann man noch sagen, die Polizei und das war wirklich medientechnisch sehr unterhaltsam, die wurde mehrfach beauftragt, diese zahlreichen Sticker aus Gründen der Gefahrenabwehr zu entfernen. Und das war so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel, weil zum einen eben die Rote Flora, das ist ein Autonomes Zentrum im Schanzenviertel Hamburgs. Das hat eben diesen ursprünglichen Tweet, du bist so eins Pimmel, auf ihre Hauswand gemalt. Und die Polizei wurde dann immer und immer und immer wieder beauftragt, das bitte zu übermalen. Und das war wirklich medientechnisch sehr unterhaltsam. Also hier sehen wir zum einen mal das ursprüngliche Bild, also die haben da so eine Leinwand, wo sie auch immer mal Dinge draufmalen und da stand dann natürlich eben Andi, du bist so eins Pimmel. Einige Tage später kam die Polizei mit schwarzer Farbe und hat die Message einmal zensiert und es dauerte nur einige wenige Stunden und dann stand da auf einmal wieder, Andi, du bist so eins Pimmel, tritt zurück. Hier ein Foto von Linus Neumann, einer der Sprecher des CCCs, der da eben vor Ort war und sich eben auch dieses Kunstwerk in echt mal anschauen wollte. Also Streisand-Effekt können wir Deutschen definitiv auch. Aber genug der Theorie, genug der Grundlagen, lasst uns doch mal einen Blick auf übliche Memes und Meme-Formate werfen. Und da müssen wir natürlich zum Anfang erstmal über Tiere reden. Denn Tiere sind nicht nur im echten Leben ein Catcher und im Internet gilt natürlich auch, je putziger oder dämlicher, desto besser. Und zu den üblichen Formaten gehören natürlich die Internetkatzen. Das ist jetzt hier kein Schreibfehler. Zur Typografie oder Taxonomie kommen wir gleich noch. Wir haben zum einen eben auch Hunde, Enten, Gänse und Waschbären, die auch gerne Trashpanda genannt werden. Die sind natürlich auch Teil dieser Kultur. Man kann sagen, die Internetkatze war im Prinzip so der Beginn des Trends, generell Tiere als Meme-Format zu verstehen. Und eins der ersten Webseiten damals war eben I can have Cheeseburger. Da kommen wir auch gleich noch zu. Vielleicht noch kurz zur Taxonomie. Prinzipiell ist es so, in deutschsprachigen Foren hat man schon regionale Ausdrücke dafür. Also man könnte sagen, alles was ein Fell hat, ist per Definition erstmal eine Katze in dieser falschen Schreibweise. Das heißt, der Hund ist somit die Bellkatze, der Kater, die männliche Form davon ist dann natürlich der Katzer. Und alles was eben Schuppen oder nur Haut hat, wird auch gerne einfach nur als Käfer bezeichnet. Das heißt, wenn wir uns eine Schlange vorstellen, dann ist das prinzipiell erstmal ein Schlauchkäfer. Dann alles was fliegt ist ein Vogel und die Ente wäre dann quasi per Definition der Schwimmvogel. Ebenso gibt es eigene Ausdrücke für das Upvote. Also wenn man etwas gut findet, dann wäre das eben das Hochwähli, das Heruntervoten eines Beitrags wäre das Runterwähli. Das Meme wird in deutschsprachigen Foren auch gerne mal Mai Mai oder Mich Mich genannt. Und das kommt daher, dass halt eben im englischsprachigen Raum von Amateuren statt Meme auch oftmals irgendwie Mei Mei oder Mimi gesagt wird. Und das wird dann quasi Mei Mei, was ja Mai Mai heißen könnte, wird dann konsequenterweise eins zu eins auf deutsch übersetzt eben das Mai Mai. Hier auch zu sehen. Also daher die Referenz auf Mai Mai oder Mich Mich. Wie gesagt, das findet man eher in sehr speziellen Kreisen wie zum Beispiel der Ich IEL Subreddit. Da wird der wirklich krampfhaft und krankhaft jeder englische Terminus eins zu eins ins Deutsche übersetzt. Und da spricht man halt eben auch von Hoch-Weli, Runter-Weli und Mich Michs. Ansonsten werfen wir doch mal einen Blick auf die verschiedenen Katzenarten. Hier sehen wir schon mal einige übliche Meme-Formate, die hier zusammen geschoppt wurden. Und entgegen wissenschaftlicher Quellen ist es ja bekanntlicherweise so, dass das Internet erfunden wurde, um Katzenbilder auszutauschen. Also das ist ein Zitat von Daniel Kaminski, ein IT-Spezialist, der vor allen Dingen in Hacker-Kreisen sehr bekannt und beliebt ist, weil er eben auch zahlreiche schwerwiegende DNS-Fehler aufgezeigt hat. Und von ihm kommen zwei Zitate. Das eine, The Internet was never designed to be secure. Also das Internet war nie darauf ausgelegt, möglichst sicher zu sein. Das sehen wir ja im Moment sehr, sehr offensichtlich, dass es regelmäßig irgendwelche Hacks gibt und irgendwo Zugangsdaten im Klartext gespeichert werden. Denn das gehört ja leider bedauerlicherweise zur Tagesordnung. Und ein weiteres Zitat von ihm ist, The Internet was designed to move pictures of cats. We are very good at moving pictures of cats. So ein bisschen Persiflage darauf. Wir haben so eine überaus brillante technologische Errungenschaften. Was machen wir damit? Wir schicken uns Katzenbilder zu. Wow. Und Katzen gehören eben zu den ersten Memes und man kann sagen, es gibt weit über 20 spezifische Meme-Formaten, wenn es um Katzenbilder geht und halt eben auch noch mehr Unikater, Unikatze, wo halt eben ein sehr spezifisches Katzenbild viral geht. Der erste Hype könnte man sagen, war so Anfang der 2002, 2006 rum, gab es den sogenannten Lol-Cats-Hype. Da ging es darum, dass man halt ein Bild von einer handelsüblichen Katze genommen hat und eben mit besonders schlechtem Englisch versehen hat. Der Hintergedanke war, dass der englische Ausdruck könnte ja, könnten die übersetzten Gedanken des Tieres sein. Und jetzt sehen wir eben rechts hier auch das Bild Eigenhurst Cheeseburger ist natürlich grammatikalisch komplett inkorrekt, aber man stellt sich vor, diese süße Katze hätte halt eben gerne einen Cheeseburger und fragt höflich danach und fertig ist das eins der ersten Katzenmemes. Immer noch aktuell ist der Caturday, ein Coverboard aus Cat und Saturday, da geht es einfach darum, jeden Samstag besonders unterhaltsame oder niedliche Katzenmemes zu posten. Eine sehr bekannte Katze ist in dem Zusammenhang auch Grumpy Cats, was der Spitzname von Tata Source war. Das ist eine grimmige, kleinwüchsige Katze, die sich sehr schnell als Meme verbreitet hat und auch seit 2015 halt eben im OS Madame Toussaint steht, die halt eben einfach deswegen auffällt, weil sie so furchtbar grimmig guckt und das halt auch irgendwie sehr niedlich ist. Deswegen hat man hier einfach ein Bild von ihr genommen und hat dann eben immer wieder geschaut, dass man da passende Texte zuschreibt und fertig war das Grumpy Cat Meme. Es ging sogar so weit, dass die Grumpy Cat ihr eigenes Management-Team hatte später mal, also die Besitzerin ist da auch wirklich reich dran geworden an dieser Katze und war auch in zahlreichen Fernsehsendungen eben, aber ist leider 2019 an der Harnwegsinfektion gestorben. Ein sehr trauriger Tag für das Internet. Zwei weitere Beispiele ist einmal hier die Maro Cat und einmal die Nine Cat. Maro ist eine etwas leicht übergewichtige Katze, die Spaß daran hat, mit Anlauf in viel zu enge Kisten zu springen. Das ist natürlich sehr unterhaltsam und dann haben wir hier rechts die Nine Cat, was genau genommen eine Pop-Tart Cat eigentlich ist. Das ist so eine 8-Bit-Animation von einer Katze, die in einem Gebäck steckt. Ich glaube, das könnte ein Himbeertoast sein und eben durchs All fliegt und hinten eben so ein Regenbogen rauskommt und passend dazu, das hören wir jetzt hier leider nicht, ein sehr penetranter Sprechgesang ist und das macht das Ganze sehr, ja, sehr, sehr unverwechselbar, will ich es mal nennen. Anderes Format ist die Keyboard Cat, das ist eigentlich wirklich ein sehr altes Video, das ist glaube ich irgendwann in den 90ern entstanden und ist dann bedingt durch den Internet Meme-Boom dann auch zum Meme geworden, ist einfach nur ein Video von einer Katze, die auf dem Keyboard spielt und natürlich Keyboard ist auch im Sinne eine Tastatur zu verstehen, deswegen gibt es auch eine Notebook Cat, die halt eben auf einem Notebook herum tippt. In Formatiker-Kreisen sehr bekannt sind auch die HTTP Status Cads, das sind halt eben einfach die Fehlercodes, die so ein Web-Server zurückgeben kann oder die Status Codes, da gibt es eben für jeden Status Code das passende Katzen-Bild, da sehen wir zum einen hier mal für Konflikt, also für einen Web-Server-Konflikt, der ausgelöst wurde, zwei Katzen, die sich prügeln und für eine zu lange URI, die dem Server übermittelt wird, sehen wir als sie tatsächlich ist, also sie ist halt einfach eine sehr lange Katze und deswegen wenn irgendwo was mit too long ist, dann ist es halt auch ein beliebter Witz da einfach die Longcat mit reinzunehmen. Das gibt es auch als API, das heißt wenn man einfach mal sehen will, was die einzelnen Fehlercodes für Katzenbilder zurückliefern, nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel für hier nicht gefunden, dann sehen Text ist das Woman Yelling at a Cat Meme, das ist hier links einmal eine Szene aus einer Serie die The Real Housewives of Beverly Hills heißt und rechts eine Katze die Smudge the Cat heißt und eben auf dem Portal Tumblr bekannt geworden ist und wenn man das kombiniert dann sieht das halt eben so aus als wäre das hier links eine Dame die die Katze anschreit und die links haben wir hier einmal das ursprüngliche Format Frauen wenn sie eine Spinne sehen schreien und rechts dann die Spinne die ganz verdutzt guckt also jetzt nicht ganz zeitgemäß aber der Gag kommt glaube ich trotzdem rüber links hat mal etwas jemand der sich aufregt der eben schreit und rechts die Person die betroffen ist von der Kritik und gar nicht weiß wie sie damit um gehen soll das lässt sich natürlich auch wieder super persiflieren hier zum Beispiel als archäologische Zeichnung eben oder als antike Zeichnung und eben das aktuelle Bild darunter sehr unterhaltsam ein weiteres Beispiel ist die Heavy Breathing Cat das ist das Foto einer übergewichtigen Katze mit Doppelkin das auch als sogenanntes Reaction Image also das Bild zeigt unmittelbar eine Reaktion der eigenen Emotionen und das nutzt man eben um einerseits entweder Angst zum Ausdruck zu bringen oder starkes Begehren also hier zum Beispiel wenn du alleine zu Hause bist und hörst dass irgendwo was runterfällt dann hat man erst mal die Schnappatmung weil man Angst hat das könnte ja jemand im Haus sein und auch das kann man wieder marketing technisch ummünzen zum Beispiel als die neue Mandalorian Staffel angekündigt wurde oder ich glaube einer der letzten Star Wars Filmer kann man natürlich auch dieser Heavy Breathing Cat auch wieder zu Darth Vader passivieren dann gibt es neben Katzen auch noch andere Tiere die im Internet gut ankommen das wäre zum einen mal die Ente die Ente versteht sich so ein bisschen als Subkultur das ist somit eine Alternative wenn man nichts mit Katzen anfangen kann also man sagt ja es gibt entweder Katzen oder Hundemenschen ich würde dem widersprechen ich würde sagen vor allen Dingen möglichst niedliche Fotos und Inhalte von Enten zu finden also ein häufig zu findender Ausdruck in dem Kontext ist auch Pat the damn duck also tätschel doch diese blöde Ente einfach mal und da sehen wir hier so ein passendes Gift dazu eine sehr niedliche Ente die hier eben einfach behutsam gestreichelt wird man kann aber auch hier natürlich wieder Referenzen auf das Zeitgeschehen vorfinden oder auch Autokorrektur ist ein sehr gutes Beispiel weil wenn man fuck schreibt wird eigentlich immer duck draus das heißt auch das kann man hier wieder in einem Memen zum Ausdruck bringen man will fuck eintippen und eigentlich kommt die Ente dann um die Ecke und gut der duck face trend ist jetzt schon einige jahre alt ist jetzt nicht mehr so allgegenwärtig aber auch hier wieder eine Kritik im versteckten dass dieser duck face trend doch bitte mal aufhören könnte es gibt aber auch noch anderes fetafie das sich hier als Memen Potential herausgestellt hat und zum Beispiel wären das eben Gänse das ist vor allen Dingen durch ein Videospiel sehr bekannt das Untitled Goose Game da spielt man nämlich ein besonders streitsüchtiges fetafie in Alltagssituation und muss dann zum Beispiel als Quest irgendwo Leuten Gegenstände klauen und Dinge kaputt machen und deswegen nimmt man das halt aus Marketinggründen einmal um dieses Spiel zu bewerben aber kann halt eben auch bestehende Memes damit parodieren und übliche Phrasen sind da das Motto des Spiels eben Peace was never an Option das ist so das Grundmotto und natürlich Hongkong die Geräusche die die ganz so von sich gibt und kleiner Funfact an der Stelle Gänse haben eben ein besonders ausgeprägtes Gehör und sie schlagen besonders schnell Alarm um Jungtiere zu beschützen und das ist natürlich auch hier wieder die Message in diesem Anteil Goose Game und zu dem Spiel kann man sagen auch recht unterhaltsam wie kommt man auf die Gedanken einen Gänse Simulator zu programmieren wird sich jetzt vielleicht der eine oder die andere fragen da war so dass 2016 in von einer Gans gepostet und dann hat man da recht lange und ausgiebig über die Eigenschaften von Gänzen gesprochen und hat dann gesagt lass uns mal ein Spiel darüber machen und so ist quasi das Gänse Meme auch so ein bisschen geboren worden hier sind wir ein Ausschnitt aus dem Spiel das heißt man steuert hier eine Gans muss schnattern Gegenstände klauen Leute verärgern das ist eben der von der Möbe die eigentlich das ist ein Ausschnitt aus dem Video es klingt wie ein Lachen den Kopf zurückwerft und dann halt mit voller Inbrunst ein Geräusch von sich gibt das kann man hier zum Beispiel in dem Meme natürlich auch gerne für Songtexte benutzen und das kann man natürlich auch wieder als Gänse Meme aufgreifen und kann diese sehr ikonische Stellung der Möbe einmal persiflieren und kann das eben in Form der Gans als Meme zeichnen Filme kann man damit natürlich auch gut parodieren hier eben das müsste glaube ich Alien Alien 1 Alien 2 sein und statt dem Alien mit der ekelhaften Zunge sieht man hier eine Gans die eine weitere Gans in der Zunge hat und mit den ikonischen Geräuschen Honk Honk eben zu erkennen ist und auch hier rechts ein Film den ich jetzt gar nicht zuordnen kann Honk vs. Bonk und bevor wir dazu kommen das Ganze jetzt natürlich auch als T-Shirts mittlerweile zu kaufen also Honk Shirts erfreuen sich großer Beliebtheit und was wir hier rechts sehen ist eben Teams ein sogenannter Shiba Ino und das ist eine gute Überleitung denn neben Gänsen sind natürlich Hunde auch als Meme Format sehr interessant das bekannteste dürfte wohl durch sein also es wird nicht Doke ausgesprochen sondern durch und die Story und die Story dahinter ist 2010 veröffentlichte Atsuko Sato das ist ein japanischer Erzieher in einem Kindergarten Fotos seines adoptierten Shiba Inus Kabusu den hat er soweit ich weiß irgendwo gerettet also keiner wollte diesen Hund haben und er fand ihn ganz bezaubernd und hat ihn eben adoptiert da gibt es hier auch immer noch die Originalbilder von damals oder sollte es zumindest geben vorhin waren sie noch online und ja 2013 verbreitete sich dieses ikonische Bild was wir hier rechts sehen diesen Shiba Inu der sitzt bei ihm auf der Couch und guckt so ein bisschen treu doof in die Kamera sieht so ein bisschen leicht überernährt aus und das hat sich dann relativ schnell als Meme verbreitet also gerade über Reddit 4chan ging das relativ schnell viral und vor einigen Jahren entstand dann auch mit Dogecoin eben eine nicht ganz ernst gemeinte Kryptowährung ja also über Kryptowährung können wir jetzt auch lange reden das würde ich gar nicht erst hier groß thematisieren aber als Konkurrenz zu eben Bitcoin wurde dann Dogecoin ins Leben gerufen und Elon Musk der ja eben auch sehr empfänglich für Meme Marketing ist und eindeutig Twitter mehr nutzt als der Durchschnitt CEO war es dann so dass er unbeabsichtigterweise Promo für Durchcoin gemacht hat weil er irgendwo ein Foto von einem Shiba Inu geliked oder geteilt hat und sich auch selbst ein Shiba Inu gekauft hat und dann und dann schoss dieser Kurs dieser Durchcoin Währung halt mehrfach in die Höhe und flachte dann natürlich eben wieder ab also ich glaube der aktuelle Kurs liegt so bei 13 Cent für einen Durchcoin vor einem Jahr waren es noch 30 und davor war es noch ein bisschen höher und lustigerweise der Ausdruck Doge oder Durch da hat man halt einfach nur nach einer wieder eigentlich grammatikalisch inkorrekten Schreibweise von Doc gesucht aber der Begriff entstammte eigentlich einer Puppenshow die Homestar Runner heißt und da gibt es den Ausdruck eben schon seit 2005 und hübsches Format von so einem Durchmeme sieht eben so aus dass man ein Foto von einem Shiba Inu oder kurz Shiba nimmt und dann eben wieder seine Gedanken in besonders schlechtem Englisch hier thematisiert also hier rechts zum Beispiel sehen wir hier ein Bild von einem Shiba Inu der halt eben hier was zu essen vor die Nase gehalten bekommt und dann muss man immer gucken was mit wow einzubauen mit such much so why are you amaze und dann halt eben passende Substantive oder Adjektive oder Verben dazu und ganz ganz wichtig Comic Sounds MS die Kindergartenschriftart die ist Pflicht und das bitte in möglichst bunten Farben also hier einmal der Hund der den Biskuit vor die Nase gehalten bekommt wow such much ruined diet wow very taste such treat fertig ist das Doge Meme das gibt es jetzt auch wieder in abgewandelter Form zum einen gibt es einmal den Swole Doge das ist einmal hier links der muskelbepackte große Shiba Inu und rechts eben Schiebens der ja mit leicht mit eingeknickter eingedrückter Nase Shiba Inu und es wird dann vor allen Dingen genutzt um halt eben zu zeigen Dinge die früher viel besser als heute waren wie hier zum Beispiel einerseits Telefon in den 90ern Nokia ich bin das härteste Material das es gibt meine Batterie ist unendlich und als Parodie oder als Gegensatz dazu Smartphones im Jahr 2020 das iPhone bitte fass mich nicht an oder ich gehe kaputt und wenn ich nicht in den letzten drei Stunden der Akku geladen wurde dann gehe ich aus kann man also auch dafür nehmen Caboso lebt übrigens immer noch also wir sind jetzt ja schon im Jahr 2022 Caboso ist jetzt 16 Jahre alt und hier sehen wir vom Besitzer eben nochmal ein Foto links das Originalfoto von 2013 wo er den Hund gerade frisch adoptiert hatte und rechts eben ja der doch schon deutlich gealterte Shiba Inu aber ich hoffe er bleibt uns noch lange erhalten und beschert uns noch viele unterhaltsame Memes schade dass die Bilder nicht mehr online sind die waren nämlich vorhin ah da sind sie ja genau hier sehen wir nochmal die Fotos von damals als er den Hund gerade adoptiert hatte sehr posierliches niedliches Tierchen und hier natürlich auch das das Foto wie er auf der Couch sitzt also alles nachvollziehbar wenn ihr euch die Originalbilder angucken wollt kommen wir mal zu einem etwas älteren und fast schon vergessenen Meme Format die sogenannten Rage Comics das war eine Serie von Webcomics die sind damals 2008 zuerst auf 4chan erschienen dann aber auch auf anderen Portalen wie Program oder 4Fucker eben erschienen die zeigen vor allen Dingen Alltagssituationen die den Protagonisten in Wut versetzen also oftmals wirklich so ganz belanglose Dinge wie ich will mit dem Handy aus dem Haus gehen und stelle fest der Akku ist leer also wirklich so ganz profane Dinge die es eigentlich nicht wert sind darüber zu reden und die Rage Faces zeigen eben hier verschiedene Emotionen dabei ist wichtig zu beachten das ist wirklich primitive Grafik und das ist auch immer in etwas ganz Billigem wie Microsoft Paint gezeichnet also es soll nicht gut und hochwertig aussehen es soll möglichst einfach und plump und hässlich auch aussehen könnte man sagen also hier sehen wir verschiedene dieser Rage Faces und ganz bekannt ist hier rechts unten das sogenannte Foo Face hier auch nochmal ein Beispiel hier sehen wir den Protagonisten der versucht auf seinem Nokia Gerät Snake zu spielen und leider schon nach dem ersten Punkt sich selbst tötet und das verärgert ihn natürlich deswegen hier einmal das das Foo Face ein weiteres bekanntes Format ist das sogenannte Drake Posting Format das hatten wir mit Peter Altmaier vorhin schon in abgewandelter Form das sind zwei Screenshots die entstammen dem Musikvideo Hotline Bling von Drake ist schon ein bisschen älter 2015 kam das raus und ist auch ein Reaction Image mit dem man quasi seine Emotion als Reaktion auf Besagtes oder auf das Zeitgeschehen zum Ausdruck bringt und vor allen Dingen geht es da um Ablehnung und es wird eben auch gerne mal genutzt um den alltäglichen Widerspruch oder auch Ironie darzustellen wie hier zum Beispiel rechts zu sehen da geht es darum dass der Protagonist eben ja 10 Dollar plus 3,99 Dollar versandt das ist unattraktiv weil man kauft lieber was für 13,99 mit kostenlosen Versand was natürlich stumpsinnig ist weil es jedes Mal der gleiche Betrag ist das bringt eben dieses Meme zum Ausdruck das kann man natürlich auch wieder in andere Memes integrieren wenn wir jetzt noch mal über Katzen nachdenken wäre jetzt hier zum Beispiel auch folgendes Cat-Drake-Posting-Meme denkbar wo man eben zeigt dass Katzen egal was für ein tolles Bett man denen hinstellt dann doch lieber in die offene Kiste reingehen eine andere Referenz die wir vorhin schon hatten ist das sogenannte Distracted-Boyfriend-Meme das hatten wir einmal in der Spark7-Werbung und wir hatten es in dem Tinder-Marketing-Beispiel das ist eine Stockfotoserie des spanischen Fotografs Antonio Gülhem das er eben 2015 veröffentlicht hat und also der macht das schon seit Jahren dass er halt Stockfotos hochlädt und damit so sein Geld verdient und er hatte den Gedanken das Thema Untreue in spielerisch lustiger Art und Weise zeigen zu wollen was ja schon mal eine recht absurde Idee ist und hat halt eben diese Fotoserie dann hochgeladen und die verbreitete sich dann einige Jahre später 2017 beispielsweise über Instagram weil man dann halt gesehen hat was sind denn das für lustige Bilder und da gibt es eine ganze Serie zu die eben so eine sehr absurde Geschichte weitererzählen und das benutzt man halt eben in dem Kontext gerne um Widersprüche oder selbstreferentielle Kritik darzustellen hier nochmal kurz die Serie also wenn ihr mal wirklich Langeweile habt schaut mal rein das ist wirklich so die ganze Lebensgeschichte von erster Vertrag über Scheidung bis hin zu Heiratsantrag während er einer anderen die vorbeiläuft auf den Hintern schaut wirklich sehr unterhaltsam und sehr makaber auch ich frage mich ob er das Bild jemals ernsthaft an einen Kunden oder an eine Kundin verkauft hat mir fällt da so ein bisschen schwer vorzustellen wofür man die Bilder nutzen könnte auch hier wieder ein Beispiel hier geht es um den ehemaligen US-Präsidenten Trump der sich natürlich nicht wie ein normaler Präsident verhalten hat und auf Twitter einfach nur Hass geschürt hat das wird damit zum Ausdruck gebracht und ansonsten hatten wir ja noch vorhin zwei andere Beispiele ein anderes Format das ich auch recht interessant finde ist das Galaxy Brain Format da geht es darum eben besonders dumme Fehler zu verdeutlichen oder die übertroffene Erwartungen zum Ausdruck zu bringen also da wird bewusst mit massiver Übertreibung gearbeitet man hat hier mindestens drei Ebenen aber es können auch beliebig viele sein und man hat eben hier verschiedene Ansichten des menschlichen Schädels wo auch immer das Gehirn fokussiert wird und dann sieht man eben je dümmer die Lösung also hier geht es offensichtlich darum ob man Hu sagt Hum, Humst oder Humst und je dümmer die Antwort ist desto ausladender auffälliger wird das Bild also es wird auch gerne mal als Enlarging Brain genannt wenn ich es richtig in Erinnerung habe das geht natürlich nicht nur mit dem menschlichen Schädel sondern das geht auch mit Winnie Pooh oder mit Vince McMahon das ist der WWE Chairman der auch eine sehr ausladende Mimik hat da schauen wir uns auch gleich mal ein Beispiel an gucken wir erstmal links uns das Winnie Pooh Beispiel an da geht es einfach darum für die Behausung ein passendes Wort zu finden und je edler das Ganze klingt desto edler sieht natürlich auch Winnie Pooh aus also am Anfang noch relativ lang gelangweilt reinblickend mit T-Shirt und am Ende eben hier mit Zylinder, Fliege und Monokel wenn er über seine Citadel spricht rechts auch wieder ein Beispiel das in eine andere Richtung geht da geht es um Werbung wenn es um Mobile Games geht die sehen ja in der Werbung immer ganz anders aus als sie dann tatsächlich im Gameplay aussehen und hier sehen wir halt eben Vince McMahon wie er die Werbung sieht und das Spiel ist kostenlos man muss dafür kein Geld ausgeben und das Gameplay sieht sogar genauso aus wie in der Werbung was de facto nie passiert weil die Werbung immer eine dreiste Lüge ist gegenüber dem wie das Spiel tatsächlich aufgebaut ist ihr merkt wir kommen so langsam zu den weniger gebräuchlichen Memes ein weiteres Meme das ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte ist der Meme Man oder der Panic Call Man da geht es darum dass man ein ein 3D Rendering von so einem grauen Kopf hat das einfach nur absurd aussieht also so sieht ja kein Mensch aus und das ist ein sogenanntes Denkmue also das sind meistens sehr plumpe stumpfe Gags die hier eben thematisiert werden und meistens geht es hier eben um innere Monologe also Unterhaltung die man mit sich selbst führt oder eben das Alltagsgeschehen auch hier wieder gerne besonders belangloser Art und Weise die hier gepaart mit verdrehten Buchstaben und schlecht um Englisch kombiniert werden also hier zum Beispiel du stellst fest du bist zu zu spät um zur Schule zu kommen das versetzt einen erstmal in Panik also Panik würde man ja anders schreiben dann fällt einem auf dass man ja eigentlich seit Jahren nicht mehr zur Schule geht deswegen beruhigt man sich und dann stellt man fest aber ich bin doch der Lehrer und ist wieder im Panikmodus also wenn man es jetzt auf der Tonspur hört ist das überhaupt gar nicht lustig aber wenn man das so mal sieht dann ist es durchaus ein bisschen unterhaltsamer und auch hier wieder schlechtes Englisch ist eine eine stilistische Kernkomponente das heißt wenn wir hier beispielsweise mal über Aktien sprechen dann sind das eben Stonks und wenn es um Gesundheit geht dann ist das eben Health nicht Health also recht plumbergig dann gibt es noch das They're the same picture Meme das ist eins meiner Favoriten das ist nämlich eine Szene aus der US-amerikanischen Serie The Office besteht aus zwei Paneelen untereinander angeordnet und es geht darum zwei gleiche Bilder vergleichen zu müssen also das ist jetzt hier eine Szene eben aus dieser Serie wo hier die Protagonistin beauftragt wurde die beiden Bilder zu vergleichen und hatte dafür mehrere Stunden Zeit und das war halt das gleiche Bild also eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und das kann man natürlich wunderbar nutzen um Marken oder Dinge durch Vergleiche negativ zu diskreditieren beispielsweise schauen wir mal uns das linke Beispiel an da wird eben hier sind wir links einmal in einem Screenshot von Fortnite einem recht bekannten Videospiel und rechts das Bild einer überlaufenden Mülltonne und eben hier die Aussage They're the same picture also hier wird quasi zum Ausdruck gebracht dass man befindet dass dieses Videospiel Müll ist könnte man im übertragenen Sinne sagen und rechts natürlich hier nochmal der Vergleich der Frisur das ehemalige US-Präsidenten mit einem Maiskolben auch hier ein sehr treffender Vergleich mit Surprised Pikachu gibt es ein weiteres Meme das vor allen Dingen dadurch bekannt ist dass es halt eben einen Screenshot des Animes Pokémon enthält und ist auch wieder ein Reaction Image soll also die eigene Verwunderung zum Ausdruck bringen und meistens geht es darum starke Verwunderung auf ein sehr offensichtliches Ereignis zum Ausdruck zu bringen also beispielsweise ich nehme diesen Stock ich verbiege ihn der Stock bricht hoppla wer hätte das erwarten können und hier passt eben dann Surprised Pikachu gibt es natürlich auch in HD und passend dazu gibt es auch noch das Bikefall Meme ähnlicher Inhalt wir sehen hier einen Protagonisten der eben auf dem Fahrrad fährt einen Stock in der Hand hält den natürlich durch die Fahrradspeichen rein hält und dann natürlich logischerweise hinfällt und das kann man dann auch wieder abmünzen hier zum Beispiel geht es um den Einsatz des Linux-Betriebssystems Ubuntu und wenn man Stumpfsinn mit administrativen Berechtigungen ausführt dann passieren natürlich stumpfsinnige Dinge wie erwartet ein weiteres sehr bekanntes Meme ist das Well that escalated quickly Meme das ist ein Zitat von Ron Burgundy aus dem Film Anchorman und das nutzt man meistens einfach nur um ausufernde Diskussionen im Internet zu kommentieren also ihr seid irgendwo in einem Forum es wurde eine Frage gestellt und dann eskalierte das einfach die Leute fingen auf einmal an sich zu beleidigen sind persönlich geworden dann kann man einfach mal dieses Meme drunter posten Well that escalated quickly und dann zeigt man damit eben Wow können wir uns vielleicht mal wieder auf den eigentlichen Sinn der Unterhaltung konzentrieren ganz ikonisch und haben wir auch schon in der Spark 7 Werbung gesehen ist Hide the Pain Herald und das ist eigentlich eine sehr lustige Story denn das ist eigentlich ein pensionierter Elektriker Andras Arato der eben um sich seine Rente ein bisschen abzugraden als Model für Stockfotos wieder arbeitet das heißt man kann von ihm auch wieder Fotos im Internet kaufen und man findet ihn auch wirklich bei manchen ich habe schon irgendwo mal Webseiten oder Produktseiten gesehen wo er dann damit drin war also vermutlich dann erst nachdem er zum Meme wurde und nicht vorher weil vorher war er glaube ich einfach zu unbekannt was bei ihm auffällig ist ist dass er einen sehr ikonischen Gesichtsausdruck hatte wir sehen es ja rechts wenn wir ihn mal so anschauen dann sieht das einfach aus wie so ein sehr aufgesetztes Lächeln und als hätte er wirklich einen stark unterdrückten Schmerz deswegen auch Hide the Pain Herald man findet ihn als Meme vor allen Dingen in Alltagssituationen wieder und lustigerweise wurde sogar Otto also das Versandunternehmen hat eine Werbekampagne mit ihm gemacht Play the Game Herald wo er sich einen Gaming Laptop bestellt und dann irgendeinen Eco-Shooter zu Hause spielt sehr unterhaltsam habe ich mal verlinkt und er hat auch einen TED Talk vor einiger Zeit gehalten Waking Up as a Meme und da erzählt er so ein bisschen dass er halt als Elektriker gearbeitet hat und dann halt eben in Rente gegangen ist und sich halt einfach ein bisschen Geld noch dazu verdienen wollte und er dann halt eben ja zum Meme geworden ist und jetzt überall eine Zeit lang persifliert wurde gucken wir uns hier auch wieder ein Beispiel an das sind jetzt zwei der originalen Stockfotos hier wieder ganz ikonisch das sehr schmerzerfüllte aufgesetzte Lächeln und rechts auch sehr glaubwürdig der Daumen nach oben mit dem Laptop der offensichtlich nicht angeschaltet ist und hier ein Screenshot aus der Otto Werbekampagne die ihr immer noch auf YouTube findet wo er eben Werbung gemacht hat hier noch zwei Beispiele wie so ein Meme aussehen kann ja ich liebe Heimwerken es war lustiger als ich noch ein Haus hatte also es ist oftmals teilweise wirklich düster selbst referenziell auch eigentlich immer mit einer sehr traurigen Message die dann aber dieses aufgesetzte schmerzerfüllte Lächeln eben erklärt oder anderes Beispiel DatenbankadministratorInnen werden das kennen wenn man mal die falsche Datenbank ausgewählt hat und dann auf einmal mehrere Millionen Datensätze gelöscht hat dann kann man da einfach nur mit einem schmerzerfüllten Lächeln mit der Kaffee das in der Hand drüberstehen und sich die Zeit zurückgestellt wünschen und damit will ich die üblichen Meme Formate auch mal abschließen also wir können das natürlich jetzt noch stundenlang machen ich könnte euch jetzt noch stundenlang irgendwelche Meme Formate zeigen aber wie sieht das denn eigentlich mit Memes in Präsentationen aus ist das sinnvoll ist das weniger sinnvoll nun prinzipiell kann man sagen dafür spricht es ist eine gute Abwechslung man kann so die Situation auflockern und man hat wenn man es geschickt einsetzt eine gewisse Sympathie zum Publikum auch hergestellt Nachteil auf der anderen Seite ist je nach Thema ist es möglicherweise eine schmale Gratwanderung ich muss gucken dass ich keine Insider Witze reinbringe über die keiner lacht also weiß ich mit der Stille umzugehen wenn ich einen Witz mache und keiner darauf reagiert und ganz wichtig ich muss die Audienz prüfen ich muss wirklich darauf achten dass ich nicht versehentlich Memes zum Einsatz bringe die möglicherweise unangebracht sind bezüglich der Formate kann ich sagen man kann hier auf jeden Fall mit GIFs arbeiten da eben auf kurze Animationen beschränken also jetzt hier kein 50 Megabyte GIF irgendwo dranhängen das drei Minuten geht das guckt sich keiner an so wenige Sekunden sind da meistens sinnvoller weniger ist mehr könnte man auch sagen und ganz wichtig auch wenn ihr dann präsentiert eine Präsentatoransicht auf dem zweiten Bildschirm wählen damit man den richtigen Moment abpassen kann wann das Meme einsetzt und dann das Meme zum richtigen Zeitpunkt kommt also es ist ja meistens so dass das GIF schon im Hintergrund läuft und wenn man dann die Folie wechselt dann sieht man das Meme möglicherweise nicht von Anfang an sondern von der Mitte und dann geht der Gag vielleicht verloren generell Gags gehen natürlich in PDFs verloren also wenn ich ein PDF habe und ich da animierte GIFs drin habe kann ich halt nicht sehen Videos sind eher ungeeignet aufgrund von Ton und Größe das war jetzt hier mal eine Ausnahme in dieser Schulung das wurde jetzt hier zu Lernzwecken quasi mal mit eingebaut und wir haben ja auch gelernt Videos sind keine Memes Meme ist vor allen Dingen auf der Bildspur und wenn ich halt ein ganzes Video brauche mit mit Ton und dann ist das vermutlich kein Meme sondern halt einfach nur ein lustiges Video Bilder sind prinzipiell gut geeignet und ich mache das schon seit einigen Jahren also ich halt auch schon vor Pandemiezeiten habe ich schon viel Schulung auch remote gehalten und habe da gemerkt dass man wenn man eine erfolgreiche Schulung oder Präsentation halten will muss man einen gewissen Spagat eben absolvieren das heißt nicht zu viel Theorie nicht zu trocken und der Möglichkeit das Gelernte gleich umsetzen was man gerade thematisiert hat und da hat sich bei mir einfach folgender Ansatz in der Praxis bewährt zwei bis fünf Folien Theorie da auch nicht übermäßig viel Inhalt auf die Folien ihr kennt alle diese üblichen Regeln dass man nicht mehr als so und so viele Punkte auf die Folie packen sollte keine Schriftgröße 8 oder irgendwie sowas das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen ich denke das dürfte euch bekannt sein und nach diesen Folien der Theorie einfach mal ein Meme oder ein Katzenbild und dann direkt eine interaktive Aufgabe und dann muss man quasi man hat den Inhalt den hört man sich halt als Teilnehmer innen an sagt vielleicht so ein bisschen ab dann hat man halt ein Meme lacht kurz ist wieder wach und muss dann gleich sich an das eben Gehörte erinnern und muss es in der Aufgabe zum Einsatz bringen um diese zu absolvieren und damit fahre ich eigentlich ganz gut seit einigen Jahren habe da auch viel positives Feedback bekommen und deswegen nutze ich das gerne so als Formel vielleicht hilft es euch ja auch mal dann zur Vorbereitung kann es sinnvoll sein sich eine Checkliste einfach durchzugehen und der erste Punkt den man sich fragen sollte ist verwende ich vielleicht zu viele Memes die Frage ist geht das überhaupt ja es geht wenn man wirklich auf jeder Folie Memes hat dann kann das irgendwann zu verspielt wirken ist hier bewusst gewählt worden in dieser Schulung weil es ja eben genau darum geht aber wäre das jetzt eine Schulung gewesen zum Thema erstellen von naja schlechtes Beispiel nehmen wir mal an das wäre eine Schulung gewesen zum Thema seriöses Kalkulieren von Angeboten oder irgendwie sowas dann wäre es vermutlich nicht angebracht gewesen in jeder Folie einen Meme zu haben ja dann könnt ihr euch fragen ob die Gags die ihr hier mit einbaut ob die möglicherweise zu spezifisch sind also ist es auch als fachfremde Person möglich darüber zu lachen denn das sollte immer der Hintergrund sein wenn man nämlich immer nur Witze hat die Insider sind und die man nicht versteht wenn man inhaltlich dem Thema nicht folgen kann dann hängt man damit Leute eher ab und schreckt sie ab statt sie zu motivieren aktiv mitzumachen und ganz wichtig natürlich auch weiß ich mit peinlicher Stille umzugehen also wenn ich jetzt gerade einen Witz gemacht habe und keiner lacht drüber muss ich wissen wie ich damit umgehe das sollte ich vorher ja auch mal geübt haben deswegen umso besser wenn man immer über seine eigenen Witze lacht und sonst nicht dann kennt man das ja nicht anders ganz wichtig ist auch passen die Gags denn thematisch haben sie vielleicht sogar einen Mehrwert also einen Meme einbauen das nichts mit dem Thema zu tun hat das wäre relativ ungeschickt auch hier wieder wichtig eben auf die Audienz achten laufe ich Gefahr jemanden zu diskreditieren ist das Meme möglicherweise unangebracht das gilt es zu überprüfen und ob man Gags wiederholt also den gleichen Gag auf drei Folien bringen ist halt irgendwie auch dann stumpf ja und wichtig auch ist der Gag noch aktuell also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Rage-Comic von 2008 kommen wenn ihr im Jahr 2021 irgendwo eine Schulung konzipieren wollt das könnte dann auch ein lahmer Lacher sein oder oder niemand versteht die Referenz man weiß ja oftmals nicht wie stark die Leute in dem Thema unterwegs sind gucken wir uns zum Abschluss vielleicht noch ein paar Beispiele an ja oder anders ausgedrückt lasst uns mal über gute Memes und schlechte Memes sprechen da habe ich jetzt drei Beispiele wäre das jetzt hier eine ich nenne es jetzt mal echte Schulung vor Ort mit einer Audienz dann würde es jetzt hier was zu gewinnen geben wir stellen uns das einfach mal nur vor hier das erste Meme Drag Posting die Option Arbeiten oder eben an einer Meme-Schulung teilnehmen da jetzt hier die Frage ist das ein adäquates Meme die Antwort ist ja weil wir haben einmal hier ablehnend im ersten Paneel Drake der keinen Bock hat zu arbeiten und lieber sich Memes anguckt weil das macht Spaß und Arbeiten macht ja inhärent oftmals kein Spaß anderes Beispiel hier ein Durchmeme wow that escalated quickly Frage hier ist das adäquat inszeniert die Antwort ist nein weil zum einen fällt auf wir haben hier zwar bunte Schrift aber es dürfte kein Comic Sans MS sein wenn ich es richtig sehe und der Witz geht verloren also that escalated quickly ist ein ganz anderes Meme das wird hier nicht gewählt sondern wir haben hier das Durchmeme und hier fehlen die üblichen Referenzen wow such why are you also ist quasi lustiger Hund nicht lustiger Inhalt setzen sechs Thema verfehlt ein drittes Beispiel hier sehen wir Heithepain Herald IconHess Firmenwagen ja und die Frage jetzt hier ist das adäquat in Szene gesetzt und die Antwort lautet nein weil zum einen IconHess ist wieder ein anderes Meme da wären wir wieder bei dem Thema Katzenmemes das hier ist allerdings kein Katzenmeme sondern wir haben hier Heithepain Herald und Ja wäre ja positiv und Heithepain Herald erlebt ja immer negative Dinge ja er würde gerne Handwerkern hat aber kein Haus mehr oder er will eine Datenbank administrieren und nöscht halt leider die Produktionsdatenbank und wenn er hier einen Firmenwagen haben möchte und diesen bekommt dann ist das ja positiv für ihn und nicht negativ also würde da jetzt halt irgendwie statt Ja stehen nein hier ist eine Abmahnung und würde oben nicht IconHess stehen sondern ich frage nach zehn Jahren nach dem Firmenwagen dann wäre das ein bisschen lustiger aber auch wieder zu spezifisch ja weil man da muss man eine Firmenwagenregelung im Unternehmen kennen und so ist also auch wieder so ein Insiderwitz also auch hier leider wieder Thema nicht ganz getroffen und deswegen verfehlt ja und da kann ich nur sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ich hoffe ich konnte euch zum einen ein paar Meme Formate vorstellen und euch ein paar Tipps geben wie man eben Memes sehr geschickt in Präsentationen und Schulungen einsetzen kann um eben die Audienz der Zuhörenden für sich gewinnen zu können und vielleicht habt ihr ja auch das eine oder andere in puncto Meme Marketing kennengelernt das würde mich freuen ansonsten wäre das jetzt eine echte Schulung würde es jetzt noch was zu gewinnen geben dann würde ich nämlich fragen wie viele Memes und Anspielungen habt ihr jetzt in diesem Vortrag in den letzten 80 Minuten erkannt da hätte es dann was zu gewinnen gegeben ihr könnt natürlich gerne trotzdem die Memes und Anspielungen zählen und könnt die in die Kommentare packen und ja da das jetzt hier YouTube ist muss man eigentlich ja für Follower boonen das mache ich jetzt aber nicht weil da lege ich keinen Wert drauf aber was man wohl auf jeden Fall immer sagen muss sagte man mir ich habe von YouTube Marketing ja wenig Ahnung ich soll das mit der Glocke sagen also die Glocke nicht vergessen vielen Dank fürs Zuhören Zuhören Wir sehen uns beim nächsten Mal.